Fangen wir mal an. Nochmal von vorne, alle zusammen. Machst du das noch ein bisschen leise, Schatz? Das ist mein Büchler hier. Ihr Bilder, ihr Lieben. Hier habe ich eure Standtagen aufgeschrieben. Und wer ist hier, der Daniel? Ich. Jetzt kommen wir die Gebärden. Hier steht, in der Schule ist Daniel den Rechten schnell gut gut. Auch im Lesen. Er große Fortschritte tut. Doch eines darf er nicht mehr wagen. Er soll nicht seine Geschwister verschlagen. Habt ihr hier die Heizung an? Oh, der. Schul schnell. So, in der Schule ist der Klasse. Der steht, der ist der Beste seiner Klasse. Mama? René, bist du ruhig? Das, lieber Michael, das freut mich sehr. Den großen René und die Mama umso mehr. Schwarz fahren und rauchen. Hat er auch gemacht? Ja, er auch. Ich hoffe, dass du das in Zukunft nicht mehr machst. Doch kommen wir zum Sascha. Ja, Sascha. Oh. Kaputt machen und stehlen darfst du nicht. Mach ich nicht nicht. Sascha. Jetzt wärst du ein großer Bösewicht. Sascha. Ich muss dir noch sagen, was du geben wolle. Ich schaffst. Ich muss dir noch sagen. Das hat er gemacht. Hier steht auch, dass wenn du willst, der Mama du oft im Haushalt hilfst. Und lass auch das betzen. Denn verbetzen ist gemein. Ja, und beißen ist auch gemein. Hä? Wer ist denn du? Der René. Der René. Der an der kleinsten. Aha. Hier steht, er ist mein Freund. Komm mal bitte her. Lieber kleiner René, lass dir von mir sagen. Wenn man lieb ist, gibt's auch keine Plagen. Auf deine Eltern musst du mehr hören. Und auf deine Brüder nachts nicht mehr stören. Lieber kleiner René, lass dir sagen. Wenn du brav bist, wirst du dich niemals schlagen. Ja. 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 Das ist warm. So. Aha. Mama, da werde ich bestimmt in den Sack stecken. Lieber kleiner René, oder? Bestimmt. Entschuldigung. Mal ganz herkommst du, Nikolaus. Bis im Haushalt. Und auch hier in der Bühne geht. Und die letzte Woche war ich ganz arg lieb. Ja. Ich habe auch Geburtstag. Nikolaus. Ruhe. Und zack. Der Kass gibt sich auch ganz arg lieb. Das lieb jetzt euch allen. Und auch René, große. Und ihr nun großer René und ihr Kinder. Seid lieb zu ihr. Äh, ja. Äh, ja. Und er hilft ihr. Wenn sie euch braut, dann seid so still. Denn ich glaub, sie liebt euch alle. Ja, sie liebt uns. 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 Bei wem ich überleg, ob ich auch komme. Denn er hat mir mein Süßzweck weggenommen. Unser Mami hat ge... Und die Ruhe, die hat mir gestohlen. Jetzt muss ich mich mit sowas den Arsch versohlen. Weihnachtsmann. Unser Mami hat geglaubt, du kommst nicht. Ja, schau mal. Was ist das für schöne Tag? Das ist aber toll. Das gehört dem Michael. Du bist du drin. Ja, ja. Du wirst bleiben. Michael. Dankeschön. Was sieht man? Schnappe, danke. Schnappe. Auch Schnappe. Das sind Paus. Schuhe. Jawoll, Herr Nikolaus. Das ist ja ganz toll gemacht. Der ist lieb. Der ist echt lieb. Mama! Ich muss ihm noch was vorsingen. Ja, das darf ich nicht. Jetzt lass mal den Michael auch seine Schenke verteilen. Vielleicht kriegst du ja auch was. Und wir mal schauen. Dann musst du noch flütteln. Oha! Der Reine. Ich glaube, dir fehlt was. Die Schnappe. Ha! Da haben wir sicher schon. Ja. Komm mal, Herr. Ja. Das lässt schon, wenn ich auch kann. Oha! Das ist aber toll! Jetzt zeig ich mir mal, was er für den da kriegt. Genau. Da muss die Nikolaus drin. Uh! Das ist Sascha. Oha! 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 Das ist alles drin. Jetzt lass doch mal einen Moment zugepackt. Oha! Oha! Ist das super! Wir kriegen... Wir kriegen... Wir kriegen auch noch ein Geschenk mir. Nee! Du hast doch schon... Du hast doch jetzt was gekriegt. Ohne ich bin morgen ganz viele Geschenk auf meinem Geburtstag. Ja! Ja! Jetzt ist Ruhe! Jetzt kommt's! Ich soll aber die Mama und den großen René halt heilen. Mami! Ja! Wöde ich mal? Ach du viel! Ist das was Nikolaus! Hm! Danke! Danke! Aha! Was lieb ist denn da! Der große René! Au! 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 Herr Nikolaus, wartet Sie mal! Du darfst lieb sein! Du darfst lieb sein! Du darfst mit deinem Bauch weg trainieren! Oha! Ist das jetzt! Du darfst lieb sein! Du darfst lieb sein! Ich schaff doch nicht! Ich schaff doch nicht! Ich schaff doch nicht! Du bist doch nicht! Ich schaff doch nicht! Ich komm! Ich komm! Ich hab nur einen! Ich hab nur einen! Du darfst lieb so Papier zu essen! Du musst immer einen Leid! Aber es wird den René! Oh! Vielen Dank! Herr Nikolaus! Ich verteil das! Huch! Das ist so nett! Danke! Ich verteil das! well! Hier bist du nicht klug! Das ist jetzt! Das war so groß! Es hat gar nicht mehr in die Tasche reingepasst! Das ist eine Katze, die hieß Blatt. So, jetzt muss ich gehen. Auf Wiedersehen. Weihnachtsmann, ich wollte dir noch was sagen. Hab dich lieb. So, ich hab mir Weihnachtsmann weiterziehen lassen. Ich muss nämlich jetzt noch zu Hause. Weihnachtsmann, ich hab noch ganz viele Autos. Es geht.